Wir haben den 29. Januar 2022. Heute ist absteigender Mond, genauso wie abnehmender Mond. Zwei Tage vor Neumond. Hier haben wir die große Prinzesskirsche. Hier haben wir das Schneiders Spätig Knorpelkirsche, Brunus, Admin und Osazina. Wir haben hier Wärmetagqualität und Fruchttag. Es ist doppelt geeignet für Baumrückschnitt. Hier oben haben wir schon mal die Form geschnitten. Mitteltrieb ab, in Mannsgroß und immer in die Richtung schneiden, wo das Auge hinzeigt, wo der Baum wachsen soll. Jetzt haben wir hier noch die restlichen. Wir wollen, dass ja nicht, dass es zu groß wird. Auf ein außenliegendes Auge schneiden. Hier haben wir das. Außen. Mit einem kleinen Stummel. Kirschen sind relativ frostempfindlich. Hier die Form gut beachten. Hier ist das Auge.